ja und herzlich willkommen zu einer weiteren folge PIVA 16 Karriere mit dem Zafler ja als erstes würde ich kurz mal sagen wir spielen gleich los ich möchte den Spieler FC Luis 03 der hat uns abonniert hat auch 53 Abonnenten könnten wir bei ihnen vorbeischauen müsste einfach nur so eingehen wie ich gerade gesagt habe FC Luis zusammen und 03 dann noch dahinter aber dazwischen ein Erzeichen selbstverständlich der wollte ins Video reinkommen da darf er bitteschön wenn ihr ins Video reinkommen möchtet müsst ihr es nur in die Kommentare schreiben und wir sagen hallo genau Zafler du sagst es ja ich will erstmal kurz was noch was extra groß ich will erst mal kurz was ich bin gleich soweit muss noch mal kurz so wir sind jetzt meine Frise bin ich bescheuert warum sehe ich denn das nicht so wir sind jetzt bei der Folge 27 mein Gott vor der Kamera bitte nicht danke dass es eins ist Moment was mache ich denn so gut genau 28. Folge so was haben wir jetzt das 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 eine Pressekonferenz ja da würde ich gerne wieder ähm so nein ich möchte später und wo ist mein Lieblingsbieter wo ist Ah da Hella LUM ein toller Spieler ne doch umso besser spielen die ja weißt du wenn die gelobt werden doch haben sie so haben sie mal so geschrieben äh Dank Chef ja das Team motivieren zweimal auf alles nach alle weder recht verteidigen naja ist ja auch klar so jetzt wenn ich mal hier reingucken so Marcel Hella spielt hier drüben ah dieser Junge dann Franze so Höfler darf ja gut Stanko Stanko hat sich aber auch toll durchgekämpft muss ich wirklich sagen ja und das ist egal darauf gucke ich nicht mehr das muss ich meine ach so abraschi spieler ich kann mich nicht unterscheiden ich hab so eine Chance ach so warte mal eine Sache wollte ich noch gucken äh mit Verträge weil ich glaube da war was ja ich glaube das Geld hat nicht erreicht warte mal erstmal wo sie Finanzen bestanden da ach wir haben kein Finanzen ich hab schon mal einmal Vertrag verlängert ich muss aber noch mit zwei spielen und Verträge verlängern ach der will mal der will mal na klar also das ist ja herrlich jetzt muss ich nochmal die Spielanscheine gucken das stimmt alles noch so wir spielen gegen den SC Paderborn und ich möchte jetzt äh ganz beruhigt schwimmen mit dir Saaflor und ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe und ich habe das ich habe also ich habe ich habe ein wenn ich wurde untersteht ich habe ja woher sie ja ich habe ich habe gute Täuschung ja wir stehen wir spielen im Schee da können wir wenigstens schönes drucken ich bin ja sie den Ball wieder nicht alles nach alles nach ja der ist die Ball wieder bei den 2 und auf dem weiten immer rund ist gewählt ja eigentlich muss das unser sein weil du hast ja den Geschöpf automatisch gegen die Gegenspieler naja das ist die Fieber-Logik ja aber wenn jetzt unser Spieler frau gewesen der Sorge so schön abgefangen da ist einer schade klein jetzt macht es uns schwer also wir müssen schon die chance ausnutzen benutzen meine trotzdem den letzten schon machen können indem du nochmal schießt hier wieder angeschnitten den Schuss machst du hinterlässiger Hund du ja das habe ich vergessen oben oben Flanke oder Schlupfer na gut das ist abseit jetzt naja wir kritisieren will ich kriegen wir nichts ein Tor ja schon mal das abseit zu 1 0 für erste Freiburg das kennt er ja mein Lieber ne gute Flanke oh schön ach man spielerschaftlich ach losgeber lassen schnell weiter weiter spielen weiter spielen ah ne ich hab ich hab ich hab wieder warte mal ich müsste mal ein Spieler kriegen ah jetzt hab ich ihn ja wieso wenn du da hängen bleibst krieg ich den Spieler zugewiesen so mal sie ah schade du kannst das ist aber schwerer einzuschätzen im Schnee das ist definitiv schwerer einzuschätzen das sind die Zweikämpfe fühlen sich auch völlig anders an äh ja äh du hat hey lol worin ist er grad hin gerannt der der hat auf was war das denn grad ich dachte grad wir haben den Ball irgendwie das sah ja mal lustig aus ach 50 Millimeter haben mir fehlt dass ich daran kam noch scheiße mal offenbar muss unterschrieben ach man muss sich das nicht besser ja was Verstehe ich Gott besser Jungs, das ist schon wieder Oh, alles geplant, alles geplant Und vorbei, bisschen zu mit dem Haus Bisschen, nur ein bisschen Abseits Ah, schade, passt das 2.0 In der Sitzung der Kleindienst So, was ist mit dem Mund los? Ja, aber warum verzichte ich denn so hart? Das war böse jetzt Das gibt eine Flanke und Ach, der Flanke nehmt, der nicht soll Nicht sehen Das war ich, aber okay Ne, ich meine den, der da stehen und die Hand hochmacht Achso Hä? Wieso gehst du hier ran, du Hund? Spiel doch jetzt gar nicht weiter So, nur Leute kann ich alleine Fußball Au Ja Schade Oh Oh Kleider mit mir eine Benefektor Okay, wie auch mal der Sitzung bliebe Ja, also Ah, passt schon Ah, passt schon Ich hab jetzt nur gerade überlegt, wie der Ball jetzt ins ausgekommen ist, weil ich weiß, was der rot Wo bin ich jetzt eigentlich, wo bin ich jetzt eigentlich und warum ist auch immer, warum scheinen die aller Oh Deswegen Wenn wir jetzt mal sehen, dass er beim Haus hat Ich krieg kein Spülern, glaubst du es? Na, Paul, das ist gut Ja, das hab ich schon gesehen Das hat er gesehen Warte mal Warte mal Achso, warte mal Hier bin ich Also, tu mal So, hier Das ist alles so schön, kuschelig frei Ja Foul, ich weiß es nicht Foul, ich weiß es nicht Foul, ich weiß es nicht Hey, wir spielen weiter Für, äh, liegt hinten gegen Fürth und Braunschweig gegen Wienfeld 1-1. Bei uns, genau. Sieht lustig aus immer. Oh, haben wir ja ein Glück. Jetzt sehen Sie Freiburg. Na, jetzt sehen Sie so die Freiburg. Das hat man schon sehen. Das hört man wirklich, habe ich gesagt, was sehe ich jetzt? Hä? Das höre ich wirklich. Oh, jetzt hör auf und konzentriere ich aufs Spiel, Mensch. Junge, hast du die jetzt? Komm, chill. Auch schön abgefangen. Dann sowas, weißt du. Alle Rennse hinterher ist es zum Katzen. Sehr schön. Ich weiß nicht, dass ich da bin. Ach, so war ich das? Ich weiß nicht. Er ist eine Rot angezeigt und dann noch einmal. Äh, was machst du? Ich dachte, okay. So, was? Oh. 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 Katrin Wessel bei passen können. Nur Lübsen wenn wir mal da rein. Gut, aber trotzdem machen. Alter, warum macht er den Füßerrand? Kann er sein. Also, nein. Also, nein. Also, nein. Also, nein. Was? Das ist zum Heulen. Nicht in den Bitter. Zumindest die sinnloser Weise in den Bitter. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. happiness machen. Mein Schade, Dachte ich habe. Nein, naja, ich werde erstmal ein klein dienst runter holen. Aber immer Wissen? Na es ist schlecht. Pausendorf will. Pausendorf spiel. Da. Musik 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 mit seinem ersten Kopfball Musik 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 mann aber wie spät ich habe gedrückt und jetzt kommt der passt kann ich sein dass er noch aussieht aber er findet mann das ist zum rollen abschösserecke schade schmulo die maumann torschuss was machen die denn china geht zum ball ist das traurig alter es kann doch nicht sein sag mal dass sowas fair ist alter ja 1 0 für sc freiburg jawoll so ist das gut schön so ist das sehr schön aber ich finde das davor war schade auch dass das nicht geklappt hat aber so ist das gut pausen waren wir hatten wie wir das tor ist das verbrauchen 2 2 jetzt wollen wir mal kein 1 kein ausgleich kassieren wir brauchen die punkte da ist sie mit dem ball nicht mit na gut ich sehe es schon kommen dass wir ausgleich kassieren alter o hat wo 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 ganz weit weg wo das ist so warum machen wir denn das sind so sagen können wir so gut an die zippieren ich bin ein vollidiot warum habe ich nicht durch pausen wie gesagt okay dann habe ich schon gesagt es ist auch nicht so als ob wir in freiburg spielen und dabei oben noch mal er dann nicht das ist denn jetzt so ein bisschen zu durch geschossen schlossauber sc freiburg gewinnt die nächsten drei punkte das ist schön das freut uns sehr nice sehr nice sehr nice freut mich auch Bielefeld gewonnen 13-2 und Fürth 2-0 gewonnen das ist schön ja dann werden wir im nächsten Spiel gegen Braunschweig spielen wir mal neben vorne ich hoffe das Video hat euch gefallen lasst ein Like da wenn euch die Feuerwehr wirklich gefallen hat und abonnieren ist völlig kostenlos aber ich schätze mal ihr werdet uns schon abonniert haben bis dann einen wunderschönen Tag wünschen wir euch und Ciao Ciao